ARD Text im Auftrag von Funk Gabi, du musst übrigens das Ready drücken Wurden Bereit Sagst du es dem Rest auch? Der Tester hat ja ganz schön losgelegt, war? Fallout 4 und Doom Hä? Na die können sich dann hinlegen Meinst du jetzt IPs, die das haben oder was? Hä? Hä wie schon Wir haben zwei große Titel rausgebracht innerhalb von zwei Jahren Wir haben Wolfenstein rausgebracht War noch nicht so lange her Elder Scrolls Online haben sie rausgebracht, das kam auch letztes Jahr Elder Scrolls Online war vorletztes Jahr gehabt Das ist schon eine Weile her Ne, das war letztes Jahr Nein, Justine hat die Beta gespielt und haben ja noch im Punko gewohnt Was ist das? Mindestens 2014 Das war letztes Jahr Wenn ich sogar 2013 Das war letztes Jahr Gabi Das war letztes Jahr Gabri diskutiert schon wieder Obwohl er wieder recht hat, aber wir hatten ja recht und würden aber recht da haben Ich hab recht Er hat recht, ja klar Fuck Fuck, was war das? Jetzt geht Bethesda nicht weg, was war ich denn drück ich denn da? B E T S H A Abschreien Nein, klappt nicht Alte Vieh hat jetzt den In-Game-Support-Chat geöffnet Erkl, was ist denn los mit dir? Hast du getrunken, dass du jetzt schon wieder so aggressiv bist? Solange ich nicht in meine Wohnung rotze ist alles okay Was ist denn mit dir? Was bist denn so auf Stress gebürstet? Warum mach ich denn Stress? Nice Kaffee, werd du mal raus, Mann Ich sag dir Lass nicht mehr zu lachen Du, ich wohne schon seit so vielen Jahren alleine und muss mich um alles kümmern und hab keine Frau, die mir alles hinterher schleppt Also erzähl mir nichts Das selber machen ist nicht so schlimm, aber bei anderen noch was hinterher schleppen ist schlimm Nee Boah Lebenszeichen aktiviert Motherfucker So, jetzt sind beide Monitore schwarz, nicht schlecht Dämonenrone taucht gleich auf Alter, was sind denn das für Finishing-Moves, was die machen? Dämonenrone auftaucht Dämonen auftaucht Dämonen auftaucht Dämonen auftaucht Aber gern noch Dämonen auftaucht Dämonen auftaucht Dämonen auftaucht Ach, mit der Railgun. One Shot, One Kill. Und mit so einem Rocks hier. Gibt's nur das? Ja. Also die, 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 die... Die Sniper braucht halt mindestens... ...drei Schüsse, wenn der Gegner keine... ...keine Armor hat. Echt? Ja. Und wenn er Armor hat, dann eben... ...eben doch mehr. Und das ist halt Zingel-Shot. Beendet. Also wie lange dauert, dass jemand hier mal im Hauptmenü landet? Bei mir ging das deutlich schneller. Oh, ich hab gerade was rausgefunden. Außen. Dass man die Sniper aufladen kann. Ah. Je länger du anvisiert hältst, desto mehr Schaden macht sie. Das ist mir gar nicht mehr so unwichtige Information. Ja. Alter ey, die töten mich übelst schnell. Mit Blitzgewehr. Oh, dass man nicht sprinten kann, macht mich wahnsinnig. Ja, so einen Schub muss es noch geben, aber da gibt's bestimmt dann noch irgendwelche Perks, die du freischalten kannst. Oh, oh, jetzt gehen meine... Ne, die Framerate ist gar nicht im Keller. Das fühlt sich aber so an. Und das... Laut Fraps habe ich 60 Frames, aber es fühlt sich an, als würde ich hier mit 20 spielen. Vielleicht was später ist? Hä? Vielleicht was die Beta ist? Ne, ja, aber das erklärt ja nicht, warum sich die Framerate so weird verhält. Alter, ich verstehe das nie, wie die mich... Also ich meine, dass in der Beta die Framerate runtergehen kann, das verstehe ich. Ne, ne, ist schon geil. Hä? Ne, ne, ist schon geil. Ich kann sogar sagen, ich spiele auf zwei Monitoren, das ist ja geil. Bei mir war... Erst auf... Ähm... Auf meinem zweiten Monitor hat's angezeigt, da musste ich umstellen. Hör nicht hin, ne, ne. Ich kann doch mal das rumdrehen. Ich kann doch mal das rumdrehen. Bumm, bum, 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 bum. Bumm, bum. Topfgeld aktiviert. Na, Musik. verbündeter dämon getötet gegnerischer revenant dispawn auf halbem weg zur niederlage wie kann ich euch jetzt joinen? äh du musst unser party joinen wie mach ich das? nach der runde kann ich dich einladen wie lange dauert die runde? ach nie lange ich hab ne 15 health ich schade mich glaube ich immer selber mit dem scheiß raketen launcher ich verkack dir öst oh finisher ins gesicht man kann hochklettern das finde ich schon immer ganz nice so ja ok teils molester find die musik schön musik hab ich gar keine ich hab auch ach so im menü gibt es musik ich drücke mal r zum nachladen ist das gut? ja mega gut naja müssen wir erstmal ein level aufsteigen defied ja das hab ich auch diesen groß da hittler groß mhm ja du seh hitler dance so es ist vorbei jetzt jetzt muss der philipp den ackel einladen oah neues level dann ich muss die die lobby verlassen warum bist du jetzt raus? na das ist der lobby ich? was? wo? na du bist aus der party auch raus na dann lad doch den gabriel in die party wieder ein Vielen Dank.